Und ich muss jetzt, äh, ja, ich muss es jetzt tun und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Ich werde jetzt noch ein bisschen looten nämlich und, ähm, und das Gebäude, das scheint mir perfekt zu sein zum looten. Es ist ein kleines Häuschen hier neben uns und vielleicht finde ich hier drin ja irgendwas Besonderes. Verstehst du? Oh! Das ist schon mal so ein dicker Holzfäller oder was auch immer, Minenarbeiter oder, oder, keine Ahnung, Hells Angels oder, darf man das eigentlich sagen? Was? Hells Angels? Ja. Das ist eine offizielle Vereinigung. Siebenhund? Verboten. Okay. Oh, dann waren wir hier vielleicht schon, weil hier ist alles leer. Hundehütte? Beware of dog. Oh nein, da drin ist ein Hund. Toll. Das finde ich ja nicht lustig. Also hier musst du schon gewesen sein. Hier ist alles leer. Hier sind überall Hunde. Ich habe mir mein Fahrrad geklaut. Schade. Ich habe dein Fahrrad geklaut. Das ist meins. Ne, das ist meins. Woran siehst du das? Ja, weil es bei mir oben im Ding angezeigt wird. Ach so. Ja, aber... Wird es dir angezeigt als deins? Ja, ähm... Weiß ich nicht. Ach so. Also ich weiß nicht, wie meins ist halt. Ja, aber... Das ist doch doof. Ja, aber was? Ja, ist es. Dann schließt es halt ab. Dann nehme ich das nächste Mal nicht mehr deins. Ne, 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 ne. Ah, hier ist noch ein Fahrrad. Das wird mir nicht angezeigt als meins. Ja, aber ich wusste gar nicht, dass es meins und deins gibt im Fahrrad. Dingsbums. Ja, ich kann das nicht aufnehmen. Dass es abgeschlossen ist. Warum kann ich dann deins aufnehmen? Ja, weil ich meins nicht abgeschlossen hatte. Und ich habe meins abgeschlossen. Deins ist abgeschlossen, ja. Das gibt es ja nicht. Was ich alles kann. So bist du zu mir. Was ich alles kann. Was ich alles kann. Was wäre, wer legt denn hier in Stufe 1 Holzknüppel rein? Zerliegen. Zack. Ich würde mich, ich würde es halt mal interessieren, ob ich da irgendwie hochkomme. Und ob da irgendwas ist. Da bin ich jetzt neugierig, weißt du. Wie viele mache ich denn? Mache ich mal wieder 5. Weißt du, ich könnte halt auch einfach mal Holzrahmenblöcke mitnehmen. Aber ich bin immer dazu zu faul. Und dann crafte ich mir immer wieder neue. Hm. Das ist Leben, ne? Aha. Eine Waffentasche. Okay. Dynamitstange. Stahl-Sperr-Teile. Und 39. Stahl? Ja. Ja. Ja? Was? Ja. Ja. Munition. Für die 9 und für die 7. Oh, ich werde gerade hier auf Steam angeschrieben, Kleiner. Hallihallo. Hallo Halli. Oh Leute. Heute ist unsere Blutmondnacht. Pass mal. Wir haben uns schon kurz vor 2. 11. Döööööö. Ja, nicht so lustig, gell? Das ist alles nicht so lustig. Hier waren wir doch auch schon dran, ne? oder ja ich rede auch mehr mit mir selbst als es wäre halt übel wenn ich jetzt sterben würde ja ja da stehen sie ja 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 ich will auch ich will auch ich will auch hier leute töten und so ein schlag cool ich bin irgendwie pro geworden heute ist heute ist ein guter tag und da stand doch noch einer oder hier ist zement nee hier steht keiner hätte mich ja auch gesehen okay aber was ist hier besonderes ja nischt ich würde mich immer noch freuen wenn ich mein fahrrad wieder hätte ich bringe es dir auch wieder ja ich weiß Glaubbar, Baby, wie ein Sex-Maschino. Jetzt gib mir irgendwas Schönes. Muss ich raus oder rein? Soll ich es wirklich lassen? Nee, machen. Oder lass es lieber sein. So, auf jeden Fall noch mal was zu trinken. Ich esse jetzt alles, was ich habe. Ich glaube, ich werde mir ein isotonisches Kaltgetränk gönnen. Mega. Schon ewig kein Weizen mehr getrunken. Weizen hat ja immer mehr Bock. Echt? Ja. Weizen ist out. Okay. Ja, wenn das so ist. Ähm, ich bin nochmal, äh, wo bin ich denn hier? Ich bin hier bei der Blue Moon Base, äh, AFK. Ja, kurz. Nee, ich gehe lieber. Ich will mich verstecken. Ich begebe mich so in Gefahr. Das wusste ich. Wieso müssen die sich immer so lange hinlegen und dann am Ende sind sie, und dann am Ende stehen sie doch wieder auf? Äh, ja, weil sie, äh, auf meine Hose brauchen. Ach so. Was ist das? Zombies sind ja auch nur Menschen. Echt? Ja. So, ich darf jetzt hier mal. Ich will mal kurz aufkommen. Ja, ja. Komm mal. Hä, wo? Wo kommt der denn durch? Die ganzen Klamotten. Die sind doch bestimmt auch einige. Das weiß ich doch jetzt schon. Soll ich jetzt schon mal schießen? Oder lass ich erstmal den Kalli kommen hier? Das dauert mir alles zu lang. Ich bin doch dann immer so nervös. Wieder nett, ne? Wo kommt der durch? Auch da. Ja. Da geht's nochmal. Ja! Du erschrickst mich nicht. Aber du verletzt mich. Das ist das Problem. Ich wollte nur Munition sparen. Mehr wollte ich nicht. Da ist doch bestimmt auch was dran. Warum machen wir sowas immer? Der Blut und Nacht. Kannst du nicht sagen. Scheiß aufs Färben, ey. Oder? Oder? Rüstung. Oh, mega. Hitze Widerstand plus zwei. Kälte Widerstand minus. Automatische Waffenband zwei. Habe ich schon? Gut schauen. Automatische Waffenband zwei. Ich glaube hier, ne? Ja, habe ich auch schon. Kann ich dir auch geben. Cowboy-Stiefel. 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 Zerlegen. Hello. Hello. So, was hat denn die Dame offen gerade? Weiß ich. Was heißt denn offen? Weiß ich nicht. Trinkst du gerade was? Was, ob ich was? Ob du was trinkst, dann mache ich so undeutlich oder was? Ich bin halt auch schon alt. Und durch. Auch das. Ja, natürlich, natürlich trinke ich was. Ja, was trinkst du denn? Eine Molle, wie immer. Eine Molle. Also das, was mit A anfängt und mit Inga aufhört. Ich mache mir jetzt mal einen Sternenlauf. Hey. Und virtuelles Prost. Ja, Mann. Klung. Klung, klung. Oh, geil. Ich trinke hier gerade einen Schluck. Und in der Sekunde, wo ich ansetze, leuchtet bei mir der rote Wassertropfen, dass ich loskomme. Läuft. Okay. Ich kann noch nicht zurück. Ich muss jetzt erst mal gucken. Was ist denn du eigentlich? Mein Gott. 3,5 Stunden weg? Leder, Brustpanzer, T-Shirt. Hattest du mir mein Fahrrad schon vorbeigebracht? Nee, ne? Wenn du jetzt halt die Eier... Sonst kann... Ich lege dir das Handbuch für automatische Waffen beim 2, das lese ich einfach selbst gleich. Ja, liest doch. Ist doch okay. Nee, brauche ich nicht. Ich will doch nur mein Fahrrad haben. Bin doch sonst relativ anspruchslos. Ich verstehe es gerade nicht. Was ist denn jetzt besser? Ah, die ist minus eins. Also mit Fahrrad ist immer besser als ohne. Ich glaube, wenn wir Blicke töten könnten, wäre ich entschuldig. Oh, Alter. Ich habe einen Patronengurt-Mod gefunden. Nice. Möchtest du nur Patronengurt bauen können? Ich höre dir jetzt einfach nicht mehr zu. Okay. Durch das Lesen des Bauchlands kannst du lernen, dass dieser Gegenstand gefälligt wird. Ja, dann. Guck mal hier. Das müsste doch jetzt wirklich besser sein, gell? Ja. Ausdauer wieder herrscht und beim Rennen ist zwar plus 20. Ich verstehe es gerade nicht. So, jetzt. Oh, nee. Hallo. Ich verstehe es nicht. Rüstung. Das ist alles minus. Kälte und Hitze minus zwei. Was habe ich denn hier? Flasche trübes Wasser. Baseball-Mütze. Ich kann mich nicht trennen von dem Scheiß. Was habe ich denn da jetzt noch drin? Ja, aber das brauche ich. Tue ich jetzt die Baumwolle weg, ey. Ich halte einfach hier vollkommen an der Kiefe. Ich tu das weg. So, und jetzt wehe, es gibt hier noch mehr zu loot in dem Haus. Dann raste ich aus. Oh nein. Oh nein, Kleber. Ich kann den Kleber nicht mehr nehmen. Kleber haben wir genug. Ich habe 30 Kleber gecrafted. Nein, ich meine Leim. Nicht Kleber. Was ist denn der Unterschied zwischen Kleber und Leim? Flasche mit Säure, meine ich. Ach, Säure, ja. Säure ist was anderes. Dann mache ich jetzt die Goldrutenpflanze weg. Warum habe ich die eigentlich auf der Tasche? Goldrute mache ich weg. Altes Geld kann ich ja zum Händler geben. Wäre also nicht so gut. Zerbrochenes Glas kann ich ja am Ende auch noch wegtun. Das steht ja jetzt auch nicht. Geil. Ich fahre dir gerade nicht zu. Geil. Ja. Ich weiß. Was ist denn das? Dose Katzenfutter. Soll ich es essen? Ja. Warum nicht, ne? Oh. Scheiße. Ich habe gerade Wasser getrunken. Das wollte ich nicht. Kaffee Automat. Boah, ich habe gerade echt ein Problem mit meinem Inventar. Am Ende lasse ich diese Holzrahmenblöcke einfach weg. Ja, die kannst du dir auch immer wiederholen. Das ist ja so elementar wichtig. Schon wieder ein Kochtopf. Was ich Kochtöpfe finde. Oh mein Gott, wo bist du denn? So, das kommt weg. Und Karl-Heinz muss ich noch schreddern. Oh, da geht's. Fuck. Ich habe ein Rezept gefunden. Gebasene Toffel. Ich bin gerade in den Keller gefallen. Entschuldigung, ich kann dir gerade nichts hören. Okay. Oh Gott. Mir ist ganz schlecht. Ich nehme gleich nochmal die Vitamine. Scheiß drauf. Ich bin in den Keller gefallen. Und ich... Da ist eine Taschenlampe drin und ein Dingsbums. Das ist egal. Ich suche kleinen Mülleimer. Bekämpfe Feuer mit Feuer. Die Feuereffekte von Brandwaffen wie Fackeln und Molotow-Cocktails brennen 10% länger. Alles klar. Nitratwasser. Ich kotze. Ich kotze. Ich kotze so dermaßen krass in die Ecke gerade. Nitrat kann ich auch nicht nehmen. Dann scrappe ich jetzt das Geld und nehme mir das Nitrat. Entschuldigung. Ich bin in den fucking Keller gefallen, ey. Ich kotze. Das ist echt nicht lustig. Ich wollte hier nicht her, weißt du? Ich wollte eigentlich wieder raus. Ich wollte gar nicht hier looten und jetzt bin ich hier gefangen, weißt du? Es ist 16 Uhr. Ich will hier nicht sein. Brauchst du irgendwie Hilfe? Soll ich dich irgendwie da rausholen oder irgendwas? Ich bin hier selber gerade in dem Riesmhaus und du... Ja, nee, alles gut. Ich bin nur verzweifelt gerade. Okay. Warte. Oh, da ist noch was. Eine Damenhandtasche. Da ist meistens was Wertvolles drin. Oh, da ist ein Spiegel. War ich hier schon? Das hört sich alles so an. Weiß ich nicht an. Ich hab irgendwie Angst. War ich hier nicht schon? Nee, bin ich durchgefallen. Hier war das Loch. Oh Gott, bitte sag's mir jetzt nicht, dass hier noch was drin ist. Oh Gott. Eisensperrstufe 2 kann ich zerlegen, ne? Moment. Ist nix drin. Eisensperrstufe 2, ja. Ich hab das Gefühl, da drunter ist noch was. Nee, ist aber nicht. Okay, hier ist Zement ohne Ende im Keller. Ja, cool. Aber ich hab meine Schaufel nicht dabei. Ich mach immer die Tür auf. Und dann mach ich wieder die Tür zu, wenn ich höre, dass sie kommen. Gut, gell? Ach, scheiße. Ist der jetzt oben oder unten? Die machen wir mal zu. Oh, wir sind, wir sind, also das, was wir hier gerade machen, ist irgendwie nicht produktiv. Das ist mega sinnlos. Ich geh jetzt auf. Boah. Erschreckt mich doch nicht so. Oh Gott. War das jetzt wirklich der Hauptloot, ja? Der Lame. Oh nein, bitte kein Hund. Bitte kein Hund. Bitte kein Hund. Oh. Ich bin im Hauptloot angekommen. Ich bin aber voll. Ich hab ein kleines Problem. Okay, brauchst du irgendwie... Nein. Toll. Zerlegen. Ich muss auch mein Inventar erst mal. Zerlegen. Eine funktionierende Werkbank. Ja, haben wir selber. Zerlegen. Oh, das sieht aber sehr gut aus. Nein. Nein. Wir haben es. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Okay. Äh. Ich bin gespannt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Also jetzt muss da rein rausholen. Mein Gott. Ja, was habe ich mir denn immer gewünscht? Was habe ich mir immer gewünscht? Dinge. Ich weiß es nicht mehr. Oh, jetzt zeigt es gar nicht an. Aber ich habe es auf jeden Fall drauf. Irgendwas zu essen? Zum Kochen? Nee. Inventar? Plätze? Eine Helmlicht-Mod. Ah, okay. Nice. Das hat wirklich gut gemacht. Ja, ich bin voll glücklich. Was ist das? Ich bin voll glücklich. Ich bin gerade richtig, richtig fett glücklich. Entschuldigung. Ja, Gesundheit. Okay. So. Kosmetisch. Verbesserte Fitting-Mods. Kann ich das da nicht auch an meinem Pulli? Nö, kann ich nicht. Verbesserte Fitting-Mods. Verringert die Mali auf Bewegung und außer durch die Rüstung. Hm, Entschuldigung. Was habe ich denn da jetzt noch dran? Komm, das zerlege ich jetzt. Scheiß drauf. Und das esse ich. Und dann nehme ich meine Sonnenbrille wieder mit. Und knacke den Safe. Das war nur nicht der Haupt-Loot, ja. So, also ich habe jetzt hier... Okay, Eisenvorschlaghammer 1, kommt weg. Zerlegen. Äh, Schockstab Stufe 2. Zerlegen, ne? Ja. Äh, Eiserne Armbrust Stufe 3. Eiserne... Was? Eine Armbrust? Eine Eiserne Armbrust Stufe 3. Geil, mitnehmen. Dann, äh, Eisenbolzen für Armbrust 13. Ja, ja, klar, mitnehmen. Pistole 1, kommt weg. Scrappen. Und Raketenwerferteile 2. Mitnehmen. Wofür brauchen wir Farbe? Hm, wenn du irgendwann kreativ werden willst. Also gar nicht. Ja, weiß ich nicht. Also wir haben hier, die letzten Farben haben wir ja auch immer mitgenommen. Also, oder zumindest einige Farben haben wir da. Aber, ähm, also ich sehe da jetzt auch noch nicht so den... Also ich werde auf jeden Fall nicht so herausstechen, dadurch, dass ich irgendwelche Sachen anmale. Ich steche eher dadurch hinaus, dass ich sinnlos oft sterbe. Und das werde ich auch fortführen. Das ist nämlich meine Kernkompetenz, die ich in solchen Spielen einfach immer zu sterben. Geil. Ja. Andere Leute können gar nichts. Ja, und du kannst sterben. Mega. Du kannst sterben. Das hilft mir leider immer noch nix. Hochleistungslaufschuhe gegen Cowboystiefel. Stahlsperrteile. Ja, bring mal mit. Das ist alles nicht gut. Das ist alles überhaupt nicht gut, was ich hier mache. So, und erst halb sieben. Ja, habe ich noch ein bisschen Zeit? Ja, so. Um zu kuscheln. Dreieinhalb Stunden. Aber ich werde hier in diesem, in diesem, in diesem, ich werde, ich werde hier drin wahrscheinlich sterben. Überlässst du dann den Pücken und mir oder was? Obwohl, nee, die Zombies kommen ja dahin, wo die Spieler sind, ne? Bleib mal da. So, ich habe mich entschieden. Also, du solltest zusehen, dass du gegen acht aus dem Haus raus bist. Dass du hier noch ein bisschen dich einsortieren kannst und so. Ja. Ölschiefer, ist das wichtig? Noch nicht. Wenn wir irgendwann Motoren haben und so was und Benzin brauchen, ich glaube, dann ist das wichtig. Aber sonst, ja. Ja, guck mal nicht. Startvorschlag, Hammerteiler. Ja, das ist ja für dich eventuell noch ganz interessant, ne? Ich verstehe das noch nicht. Ich verstehe es noch nicht. Verwende sie, um neue Gegenstände zu fertigen. Ja. Ich weiß nicht, brauchst du wahrscheinlich irgendwie drei oder vier von diesen Teilen und dann kannst du daraus wieder neu craften. Weiß es aber auch nicht genau. Ich auch nicht. Sehr, sehr umsicher. Aber kriegen wir alles noch raus. Kein Stress. Leute, das habe ich mir nicht so vorgestellt. Große Scham. Scham. Bier schmeiße ich weg. Große Scham möchte ich eigentlich gerne haben. Ja, kannst du direkt essen. Obwohl, du bist ja nicht gut gesegnet mit deinem Energiebeißen. Bring mir die mal bitte mit, mit meinem Fahrrad. Jetzt habe ich sie gegessen. Ach stimmt, ich habe ja... Habe ich draußen Fahrrad? Wo habe ich denn das Fahrrad jetzt abgestellt? Scheiße. Tja, das ist jetzt eine gute Frage, ne? Also sind wir jetzt noch angezeigt. Insofern. Also ich finde es auch nicht. Ich werde gerade... Also ich... Oh, fuck. Warum geht das nicht zu überlappen? 300 ist Schluss. Komm, scheiß drauf. Nächste Kiste. Totally overloge. Ja, ich habe jetzt schon so viel weggeworfen. Was ich schon hatte. Du ziehst wieder eine Spur von Säcken hinter dir. Ja. Ich bin so voll. Also bevor du Sachen wegwirfst, packst du immer eine Kiste rein, weil da die spawnen sie glaube ich nicht. Ja, ist schon passiert. So, jetzt bin ich hier fertig, ja? Das war die geile Loot-Ecke hier. Mega. Boah. Gut, hat sich rentiert. Beschwör mich nicht. Oh Gott, donnert das schon? Ach, lol. Okay, ich fahre in die völlig falsche Richtung. Ich habe Panik gerade. Bring dir mal dein Fahrrad, ne? Das ist total lieb. Und ich stelle es irgendwie mal hier so hin. Ja, da ist auch irgendwo noch ein anderes Fahrrad stehen. Das ist dann deins. Wie schön. Guten Tag. So. I was is net, die Konstantin song. So, dein Eisensperr. Nee, was ist ein eiserne Armbrust? Bam. Ja, bringst du mir die bitte mit hierher? Mit dem, wo ich genug größere komme. Dann Speer. Dann. Das, was du lesen sollst, tue ich wieder hier unten in die Kiste. Du hast das andere auch noch nicht gelesen. Dann. Ja, ich komme. Ich lese. Ja, lese jetzt mal. Ich versuche jetzt auch noch mal zu kochen, ne? Obwohl, wir haben keine Zeit mehr, ne? 22 Uhr. Scheiße. Scheiße. Ich kriege gerade Panik. Keine Panik. Auf der Titanic. Okay, Leute. Kurze Vorbereitung. Ich habe eine AK. Ich habe die Pistole. Ich habe Waffen. Äh, ich habe Munition. Jetzt nehme ich mir noch die restliche Munition. Dann bin ich völlig safe. Dann habe ich Antibiotika. Ich habe Reparatur-Kits. Vier Stück reichen? Ja. Ich habe Schmerzmittel. Ich habe Verbände. Verbände, Verbände. Wo sind denn Verbände? Okay. Hast du Patronen? Was brauchen wir noch? Ja, mach du erst mal den Waffenschrank. Ich nehme dir noch mal. Trinken. Essen. Stopp. So, ich habe... Hast du Essen dabei? Ich habe 127 Essen. Na ja, alles gut. So. Ich latsche zum Markt zur Base. Ja, ich auch. Ah, lass mit. Oh, verfehlt. Und dann kann ich ja mal bei Gelegenheit gucken, warum meine Mod nicht funktioniert. Oh. Alter. Alter, schnell rüber, Leute. Oh mein Gott. Wo ist der Eingang? Wo müssen wir rein? Hier beim Geschützturm. Okay. Kommt man da einfach hoch, ja? Ja. Einfach drüber laufen. Cool. Aber so leicht kommen sie halt auch rein, ne? Das ist das Problem. Ja, deswegen steht da ja auch ein MG und deswegen steht auch gleich noch ein zweites MG. Über den Weg. So, Leute. Ich bin wieder bereit. Waffen laden. Aber jetzt wollte ich trotzdem mal gucken, hier. Meine Helm-Mod. Wahrscheinlich, weil ich einen Football-Helm habe. Wo ist denn die, wo ist denn die, wo ist denn die Armbrust? Hast du die nicht rausgenommen? Wo ist denn, ist die in der Waffenkiste? Ballon-Mützen-Mod. Lässt jeden Helm wie eine Ballon-Mütze aussehen und bietet Dämmung gegen die Elemente. Und deswegen funktioniert wahrscheinlich meine Helm-Licht-Mod nicht. Ach, mit F. Sag doch das. Rabbid F. Ha! Ich habe Licht am Helm! Ich bin der Lichtmacher. Wie geil. Mach ich die jetzt aus oder an? Oh mein Gott. Leute! Ich habe das Beste der Welt überhaupt gefunden. Ich bin jetzt glücklich. Glücklich forever. Oh Gott, ist das gut. Okay, zweite Blut um die Nacht. Foto. Foto, kurz muss was losgehen. Oh! Ich bin jetzt hier. Ja, ja, ja. Lol. Okay, ich wollte mich schon aufs Schießen. Ich hoffe, ich kriege die Zombies von hier, weil deine... Weil deine... Dingsbumse... Ich bin mal gespannt, wie gut oder wie schlecht diese komische Mauer hier hält, mit der wir uns eingebaut haben. Ja, Mann. Oh ja, das sieht aber echt nice aus, da mit deiner... Oder? Ist das nicht geil? Aber du siehst nicht, dass ich ein Licht drauf habe, ne? Ne. Oh Gott, ich habe das Beste, ich liebe... Ich fahre jetzt auch nachts Fahrrad. Du meinst, wie geil das aussieht mit dem Motorrad. Helm licht auf dem Motorrad. Und ich drehe da gerade durch, ey. Ich freue mich. Wie geil. Ehegleich ist Action angesagt. Okay. Warum kriege ich hier Damage, wenn ich auf diesem Block stehe? Ich verstehe das nicht. Das kann ich dir auch nicht sagen. Warum kriege ich hier Damage? Gehe jetzt nochmal eins hoch. Vier Minuten. Ich habe Angst. Aber wird schon. Ja. Ich hoffe einfach, sie greifen von der Seite an, weil ich jetzt hier in der G. Okay, es geht los. Es geht los. Okay, du musst sagen, von wo sie kommt. Ja, von mir, von hier. Sag eine Himmelsrichtung, bitte. Äh, äh, äh. Es, 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 es. Es, 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 es Die Donnerhütze ist ja furchtbar kompliziert. Ja, die sind gleich dran. Oh, ich werde vom Adler wieder. Und nicht von dem Spinnentyp. Fuck. Alter. Ich bin mal tot. Level ab. Oh, geh weg. Bitte keine Spinne. Unter dir. Drinnen? Unter dir. Ja. Du bist tot. Warum? Ja, weil da die Staffeldrahtzeugen. Aber ich komme. Ich komme. Ich komme. Okay. Die kommen von woanders. Die gehen jetzt auf die andere Seite. Ah, ich habe keine Munition mehr. Fuck. Fuck, 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 fuck. Wo ist der? Äh, Hilfe! Hilfe! Hast du noch Munition? Für was? Für nur Schock. Oder du was? Ich kann dir nicht helfen. Ich kann dir nicht helfen. Echt dir auch nicht. Ich komme nicht mal die Leiter hoch. Mal die Leiter hoch. Ach, ich bin gleich wieder tot. Ach, scheiße. Wir werden mal ran. Oh. Woah. Alter. 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 Ich kann nur bedingt helfen. Ja, es tut mir echt leid. Ich kann dir leider ja auch nicht helfen. Ich komme eigentlich an meinen Rucksack ran. Dann könnte ich wenigstens noch mal irgendwie einen Geschützturm stellen oder irgendwas. die kommen, die kommen hier nicht mehr hoch. Die haben bestimmt die Leiter abgebaut. Ja, die haben die Leiter abgebaut. Ja, okay. Okay. Ein Adler ist bei dir, oder? Ja. Ja. Ich kann nichts machen. 1, 2, 3. Pack. Oh Gott. Hilfe. Ja, ich habe kein Verband. Ich weiß nicht, wo mein Rucksack ist. Ah. Ich weiß nicht, wo mein Rucksack ist. Ah. Ich weiß nicht, wo mein Rucksack ist. Ich weiß nicht, wo mein Rucksack ist. Wo bist du? Oben, oder was? Oben, ja. Oh mein Gott, ey. Die kommen über unsere Base. Zu unserer Dude Moon Base. Die laufen einfach durch. Level up. Alter. Komm, ich habe meine Beere nicht kaputt gemacht. Oh, keine Munition mehr. Prima. Cool. Mega. Ah. Oh, diese Adler. Ja, also ich weiß nicht, wo mein Rucksack ist. Ja, du kannst doch gleich suchen. Der ist ja nicht gleich weg. Ich sehe ihn nicht mehr. Doch, der spawnt nicht gleich weg. Keine Angst. Auf meiner Karte sehe ich ihn nicht mehr. Ich sehe ihn nicht mehr. Ich weiß nicht, dass ein liga geiler Scheiß drin war. Ich überleg gerade, ob ich die einfach jetzt sein lassen soll. Ich bin gleich wieder tot. Weil hier zum Beispiel... Tun sie sich ja selber. Killen. Und wieder ein Adler. Und der hat mich gleich. Der hat mich gleich. Was hat der da jetzt? Ach Gott. Ja, das ist ein bisschen desaströs alles hier. Guck, der kennt sich. Hier macht es Strom. Äh. Wo ist er denn? Kannst du überhaupt mal irgendwas machen von da oben? Ja, ich schieße noch. Wo ist denn der Adler? Ah, über mir. Weg. Ist überhaupt noch irgendwer? Irgendwo? Ich will gar nicht wissen, wie viel Munition ich noch habe. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich hier reinkomme. Also, ich sehe deinen Rucksack, ne? Okay. Der liegt hier oben nämlich. Okay. Dann ist der Erste. Blutmoordnacht. Blutmoordnacht. Nen-schiff. Nen-schiff. Wir sind voll die Nubes. Voll die Nubes. Das war's, hä? Noch ein Platt, noch ein Platt gemacht. das war es viermal gestorben ich würde sagen ich habe einen bergbauhelm und geholt und dann kannst du das auch herstellen hier haben sie aber uns also auf der seite wo bist du ja hier sind sie haben sie uns halt alles weggerissen ja richtig krass ich würde jetzt auch mal interessieren die sind durch unsere base aufgelaufen ob die da auch ist auch irgendwas kaputt gemacht haben ja da wie vorne wo die treppe ist da oben drauf krass dass der mir nicht mehr angezeigt wird hast du jetzt alles ich habe wieder alles aber der wurde mir nicht angezeigt ok also was stellen wir fest wir stellen fest punkt 1 die mauer ist gar nicht so schlecht wir müssen uns nach oben verteidigen noch gegen die adler das heißt wir brauchen auf jeden fall diese stahlgitter hat mehr vor ja aber ansonsten muss ich sagen war das jetzt ja und die brauchen auf jeden fall vielleicht schon wieder leben weil ich hier oben langlaufe also müssen auf jeden fall noch eine ebene drauf packen hier oben an an blöcken dass wir gefahrenlos quasi oben rumlaufen können und uns selbst weh zu tun ok aber gut sagen weil es ok also viermal sterben ist zwar ordentlich zu viel aber das war jetzt auch dem ja schon leben geschuldet einfach dass ich einfach dass ich meinen wuchsag verloren hatte also nicht mehr reinkommen sind aber ansonsten setzt ihr soweit wieder raus muss man sagen die ecke war gar nichts wir müssen auf jeden fall ein bisschen mehr mit also ich finde schon die sind schon richtig krass schnell durchgekommen oder findest du nicht naja aber wie viele waren denn drinnen ja das stimmt zwei gezielt ich habe zwei gezielter und einer davon in der platte macht und den rest hat mit der adler gegeben ja ist vielleicht auch nicht schlecht weil die dachten halt da wo du standest kam sie schnell durch war ja auch am ende so aber dass man vielleicht irgendwie einen eingang macht für die dass man genau weiß sie kommen nur von der einen genau dass man dass man im prinzip sagt so leute hier ist lang irgendwie die ein bisschen ein bisschen wie sagt man denn ein bisschen ja locken irgendwie dass man einen lockvogel macht ja ok ja aber also wie gesagt finde man nicht 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 aber die heißen sie türme da die waren halt nicht so gut ne die geschosstürme wir hatten wir hatten wir hatten nur einen von diesen geschossen ach so ok und ich weiß nicht wie man die nachlädt wenn die stehen du musst sie wieder in die hand nehmen ach so immer wieder neue setzen das ist natürlich dann sehr belastend ja tatsache ok dann war der einfach leer ok ich finde irgendwie unseren blutmund total spektakulär ja so bei anderen war das immer so voll lame naja also ich fand jetzt nicht dass das warum warum lame bei anderen also ich finde bei uns war es eher lame findest du komm da nicht hin da ist noch ein gelber rucksack und ich komm da nicht hin ruf ne wo wo da wo ich stehe ok und dann ja übel einfach nur übel ich hätte nie gedacht do trock wo tut er nett schon wieder weh oder ist es jetzt egal wie wird das noch was werden aber im grunde finde ich es geil den wasserturm als mittelpunkt und dann kannst du die ganzen gitterstäbe so bauen finde ich schon mega müssen wir uns jetzt noch mal konzentrieren drauf hoffentlich kommt jetzt noch eine welle auf welche gar nicht vorbereitet ja was ich mir vorstelle dass wir hier oben noch mal eine eine komplette reihe draufsetzen vielleicht auch stahlbeton also aus zement ja und hier einmal noch mal außen rum gehen und dann vielleicht sogar zwei reihen wir haben jetzt wieder sieben tage zeit ich meine im prinzip haben wir das was wir jetzt hier haben haben wir innerhalb von antreibtaten gebaut ja wir haben wir schon potenzial für mehr und diese stacheldraht nerven gerade ewig 20 na schon wieder verloren okay ja nice please write down wir brauchen eine vierte respektive fünfte reihe dinge ja wer kann der kann alles auch gut du hast auch gut bei den kids aufgeholt jetzt bei sich ja jetzt noch machen das hätte ich ja nicht meine was du hast halt kids gesammelt ohne ende also du hast du die vor dem blutmund was du glaube ich bei 200 keine ahnung 80 oder so jetzt hast du 330 kids schon ordentlich und 330 zombies getötet ich hab da noch gar nicht nachgeguckt wie sieht man das wenn du tab drückst ja und dann ganz oben rechts auch spieler jetzt ist das warum wir auch immer die freundschaftsanfragen machen so ich bin in der base und verkrümmel mich weinend in meinen schlafsack einfach weil es gerade ein sehr sehr desastrierer rückwunsch für mich war ja tut mir sehr leid für dich ja ja aber ich bin stolz auf uns ich bin stolz auf dich du hast mega mega das gerockt da ich habe mich ja nur noch ballern gehört von der hohe wenn ich da draußen rumgerannt bin und mit feilen und groben versucht habe ich ja es war jetzt ja auch sehr lustig hat spaß gemacht so ich gehe raus ja verabschiede mich recht herzlich von allen die das irgendwann eventuell immer schauen sich daran ergötzen können wie schlecht wie hot wir sind mega hot also damit schon offiziell tag 15 und jetzt wir haben ja noch nacht und deswegen tue ich jetzt einfach noch so ein bisschen rödeln weil weil ihr wisst warum ich werde jetzt versuchen für uns dinge herzustellen heidelbeersamen haben wir auch noch mal eins heidelbeersamen und wir werden natürlich unsere fertigkeitspunkte zusammen einsetzen ich habe Bock mit zu essen gebraucht richtig cool ich mache mal mein dicht aus so fertigkeitspunkte haben wir uns drei stücke holt das bedeutet wir wollten den mechaniker machen der glückliche sammler das wollte ich auch machen zack dann wollte ich noch den mechaniker machen dafür musste ich meine intelligenz noch hoch machen und jetzt den mechaniker mini motorrad meister muss ich mir gleich aufschreiben dass ich mini motorrad bauen kann so dann habe ich jetzt schon mal die punkte weg so jetzt gucke ich noch mal in mein inventar kürbissamen brauchen wir nicht kürbisse haben wir geerntet heidelbeersamen brauchen wir auch nicht wir brauchen aber pilze dafür brauchen wir leben und bitte sagt mir jetzt nicht dass wir kein lehm haben doch haben wir pilz sporen rezepte wie viel kannst du uns mehr machen 1 1 ist besser als keins ne dann mach das mal dann stopp dann kommt der lehm weg pilz sporen maiskolben rezepte maissamen machen wir mal fünf und kartoffeln können wir auch nur eine machen aber egal genau das wollte ich ja so rezepte 3 kannst du das alles machen so das bedeutet knochen und warte mal ich muss mal kurz weg so nicht weg sortieren sondern sortieren ähm das kommt da nicht hin anscheinend das kommt da auch nicht hin dann kommt das hier noch hin genau und die federn wahrscheinlich kommen hier noch hin genau so jetzt lass mich mal wasser auf die hand nehmen und alles was möglich ist das war es aber auch schon ne doch das fleisch noch und jetzt lassen wir mal gucken was man kochen könnte speck mit eiern immer noch kürbisbrot kürbisbrot könnte ich machen ist sättigender als maisbrot laubeerkuchen können wir auch bald machen Ei, Maismehl, Tierfett wie können wir? Tierfett ich muss das Tierfett umsortieren hier das kommt dann nach einem Stopp blaubeerkuchen blaubeerkuchen diese selbstgemachte blaubeerkuchen ist nahrhaft und erhöht deine maximale Ausdauer wie gut ja ist egal wenigstens eins wenigstens eins so kocht das Ei ist klar jetzt mach ich noch Speck mit Eiern das dauert alles dann noch Maiskolm, Kartoffel Flasche Wasser ja das koch ich auch noch Gemüse Eintopf ja ist okay wir machen dann irgendwann Rezepte Kürbis Käsekuchen Gärungsalkohol Ach hör doch auf ach hör doch auf was alles möglich ist das ist ja der Knaller Ei Heidelbeeren ich weiß ich war ein bisschen sehr geizig aber egal so das ist klar das ist auch klar und wir müssen uns um Patronen kümmern also Munition ganz dringend und das tue ich jetzt noch einsehen beziehungsweise ja komm scheiß drauf was soll passieren Alter so ist das so so rot immer noch so das heißt Kartoffel geil dann ist das nämlich gewachsen bis dahin weißt du und Pilz oh das hätte ich auch woanders sehen können na egal und jetzt habe ich hier noch Mais Samen den werde ich aber hier nirgendwo den muss ich erstmal schaufeln ja okay machen wir den nächsten Folge habe ich sonst noch irgendwas nö ne nochmal Inventar alles klar wir gehen rein zack Essen wird fertig sein wir machen hier zu zack ja wir machen aus wir haben was gekocht Leute Blaubeerkuchen und wir haben die Blutwohnnacht überstanden und oh mein Gott und das ist so unglaublich okay Leute wir haben Tag 15 genau wir haben Tag 15 wie gesagt Patronen herstellen vielleicht das Mini Motorrad gucken wir haben so viel zu tun Leute aber ich bin total glücklich dass wir es geschafft haben okay wir hören jetzt auf vielen lieben Dank für das Zuschauen und bis zur nächsten Folge Tschüss bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.